Hi und herzlich willkommen zu einem wirklich anspruchsvollen Stochastik-Thema. Ich bin Magda, ich habe euch hier so ein paar Graphen mitgebracht und heute wollen wir über die Normalverteilung sprechen, beziehungsweise über ihre Dichte-Funktion. Und genauso wie diese Aufgabe hier ist, kann ich mir 1 zu 1 eine Aufgabe im Abitur auch vorstellen. Da wird euch jetzt einfach mal gesagt, dass ihr eine Zufallskröße bekommt, x, ihr soll normal verteilt sein, Erwartungswert µ ist 5, Standardabweichung Sigma ist 1,5. Und dann werdet ihr gefragt, welcher von diesen vier Graphen hier könnte die Dichte-Funktion zu dieser Zufallsgröße x sein. Und sowas mit so Multiple-Choice und Datenauswerten, Grafiken analysieren, das kam mir jetzt so oft im Abi vor, dass ich mir sowas hier für die Normalverteilung mega gut vorstellen kann. Aber wie macht man das jetzt? Woher weiß man, welcher von den vier Graphen der richtige ist? Eigentlich müsst ihr dafür nur die grundlegenden Eigenschaften von der Dichte-Funktion von normal verteilten Zufallsgrößen kennen. Und zwar diese drei hier. Wir fangen mit der einfachsten an. Der Hochpunkt der Dichte-Funktion muss immer beim Erwartungswert liegen. Bei uns ist der Erwartungswert 5. Das heißt, ihr guckt, Hochpunkt bei 5, check. Die nächste Funktion, Hochpunkt bei 5, check. Hochpunkt bei 5, check. Und dann seht ihr schon, ups, die letzte, Hochpunkt bei 4. Zack. Die könnt ihr ausschließen. Ganz easy. Die nächste Sache ist, die Wendepunkte von den Dichte-Funktionen normal verteilter Zufallsgrößen liegen immer genau die Standardabweichung oberhalb bzw. unterhalb des Erwartungswertes. Also einmal bei µ plus Sigma und einmal bei µ minus Sigma. Wenn wir also µ als 5 und Sigma als 1,5 haben, müssen die Wendepunkte bei 6,5 und 3,5 liegen. Checken wir mal ab. Wendepunkt bei 6,5 und 3,5 ungefähr. Passt. Wendepunkt bei 6,5 und 3,5. Aha. Das passt auch ungefähr. Aber hier, Wendepunkt, sieht man, ist eher bei 7 und 3. Das heißt, da wäre Sigma 2, also Blitz und die nächste ist raus. Ja, und dann kommt die schwierigste Eigenschaft. Die Fläche, die unsere Dichte-Funktion mit der x-Achse insgesamt einschließt, die muss immer 1 sein. Weil das sind alle Dinge, die passieren können. Und wie beim Baumdiagramm zum Beispiel auch, summiert sich alles, was passieren kann, immer zu 100% auf, also zu 1. Ja, und wie berechnen wir das jetzt? Können wir nicht, ne? Aber wir können die Fläche hier unter der Funktion abschätzen. Ihr wisst ja, wie man das macht, ne? Bevor man Integralrechnungen lernt und so weiter. Da macht man ja einfach so Kästchenzählen. Und genau das machen wir jetzt hier auch. Wenn wir jetzt nämlich da hingehen und zählen, haben wir irgendwie 1 Kästchen, 2 Kästchen, 3 Kästchen, 4 Kästchen, 5 Kästchen, 6 Kästchen. Dann hier zusammen vielleicht 7 Kästchen, zusammen 8 Kästchen, 9 Kästchen, ja, ungefähr 10 Kästchen. Und wie groß ist ein so ein Kästchen? Wie viel Wahrscheinlichkeit steckt da drin? Naja, es ist eine Längeneinheit breit und 0,1 Längeneinheit hoch. Also, Länge mal Breite, ne? Entspricht das 0,1 und das wiederum sind 10%. Und wenn ich jetzt hier 10 Kästchen habe, also 10 mal 10%, ne? Dann kommt als Integral ungefähr 1 raus. Also, check. Das wäre eine Dichtefunktion. Würde passen. Wenn ihr jetzt hier nachzählt, braucht ihr eigentlich schon gar nicht mehr wirklich nachzählen, weil das seht ihr mit dem bloßen Auge. Da habe ich jetzt schon 10 Kästchen reingemalt, aber sind noch viel mehr. Das heißt, diese Summe von den ganzen Kästchen, die Fläche unter der Funktion, wäre auf jeden Fall über 1. Und das heißt, dass sich alle Wahrscheinlichkeiten hier zu mehr als 100% aufsummieren könnten. Und das geht gar nicht, ne? Damit ist das Ding raus. Das ist nicht mal eine Dichtefunktion, kann also schon gar nicht die Dichtefunktion von unserer Zufallsgröße sein. Und damit haben wir den Favoriten gefunden und sagen, diese hier, die muss es dann sein. Also, gar nicht so schwierig. Denkt an diese drei Eigenschaften und dann könnt ihr ganz leicht ausschließen, welche es nicht sein können. Und dann wisst ihr, die, die überbleibt, die könnte es dann sein. Ja, und wenn man die hat, dann gibt es so einen Aufgabentyp, den ich jetzt auch oft gesehen habe. Und zwar soll man da eine Wahrscheinlichkeit abschätzen. In diesem Fall hier die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man eine Zufallsgröße zwischen 1 und 4 liegt. Und was muss man da wissen? Genau wie eben auch, diese Wahrscheinlichkeit, das ist nichts anderes als das Integral von 1 bis 4 über diese Dichtefunktion. Und das heißt, auch hier würden wir, wenn wir schätzen sollen, einfach Kästchen zählen. Von 1 bis 4, dann guckt ihr, Integral von 1 bis 4, okay, das wäre dieser Bereich hier. Dann zählt ihr die Kästchen. Dann haben wir hier irgendwie 1 und dann haben wir hier so ein halbes Rechteck und hier auch nochmal ein halbes Quadrat. Also würde ich sagen, dieses Stückchen kann ich quasi hier so reinflippen und dann habe ich zwei ganze Kästchen und ein halbes Kästchen. Also würde ich sagen, das sind circa 2,5 Kästchen. Außerdem weiß ich, ein Kästchen habe ich ja berechnet, das entspricht 10%. Und dann weiß ich, okay, 2,5 Kästchen, also 2,5 mal 10%, also 25%. Und dann sehe ich, mit meiner Schätzung komme ich darauf, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x zwischen 1 und 4 liegt, ungefähr 25% sein muss. Ja und genau so eine Aufgabe, kann ich mir wirklich vorstellen, könnte in der Abiklausur drankommen. Wenn ihr noch mehr Angst habt, trotzdem vor der Normalverteilung, ich bin gerade dran, nochmal so ein Spezialvideo zu machen, wo ich noch mehr typische Abi-Aufgaben zur Normalverteilung vorrechnen will. Ihr könnt aber auch super gerne jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, was für Aufgabentypen ihr zur Normalverteilung schon gesehen habt und was für welche euch wirklich Sorge gemacht haben. Und apropos, wenn das Video euch ein bisschen die Sorge nehmen konnte vor der Normalverteilung, dann leitet es gerne weiter, weil das ist wirklich was, das ganz vielen Leuten gerade Angst macht. Aber eigentlich brauchst du das auch nicht. Ja, wenn ihr Lust habt nochmal zu sehen, wie eine Stochastik-Klausur im Abi ausschaut, schaut mal da rein, da gibt es eine ganze zum Üben. Und natürlich freue ich mich wie immer, wenn ihr Lust habt, hier auf den kleinen Kreis zu klicken, den Kanal zu abonnieren und dann auch nicht zu verpassen, wenn das ganze Spezialvideo zur Normalverteilung kommt. Ciao, bis dann, ich freue mich schon drauf. Tschüssi! 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 Tschüssi!